Nelly, Steh am Platz, hoch. Nelly hoch. Nelly, bist du bereit? Ja? Oh, ich bin bereit. Komm her, komm her. Und natürlich machen wir das nicht nur einfach so, sondern unser Park, das Epigeni-Park, spendet an die ALS-Organisation 500 Euro. Und Nelly, wen nominieren wir denn jetzt weiter? Nelly, Diri. Nelly, Diri. Diri. Fest, Diri. Und Rangu. Halt fest. Wen hast du rausgesucht? In Hannover soll es Safira sein, im Tierpark Hagenbeck Hamburg soll es Assam sein und im Tierpark Berlin die Panther. Also, liebe Kollegen und Elefanten, macht ihr eine Runde mit und helft auch mit für die gute Sache, Gelder zu sammeln. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.